Für den Schwarzenberger Ortsteil Wildenau war der 29. Oktober 2015 ein großer Tag. An diesem Tag wurde die Brücke, die die B101 und den Raschauer Weg über die Große Midwalda verbindet, feierlich übergeben. Vorausgegangen war eine fast einjährige Bauzeit. Die Gesamtkosten für das Bauwerk belaufen sich auf gut 2,5 Millionen Euro. Reichlich 1,3 Millionen Euro Fördermittel sind geflossen. Die Brücke hat eine Stützweite von 30 Metern und eine Nutzbreite von 9,50 Meter. Für Anwohner und die Firmen im Gewerbegebiet Raschauer Weg ist die fertige Brücke ein Grund zum Feiern. Müssen sich doch die vielen Laster auf ihrem Weg zu und von den Unternehmen nicht mehr durch die schmalen Straßen von Wildenau zwängen.